Oh, 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 23 Punkte, reicht das? Fragezeichen. Ja, es reicht, Level 5. So. Ich hoffe mal, die ganzen Fächer werden jetzt langsam hinten aufgeknackt. Ja, sieht so aus. Mann, das waren aber ziemlich viele Fächer. Müssen wir wirklich so lange hier spielen? Lauter Ewigkeiten dann. So, rein. Ja, das ist ein besserer Start, würde ich sagen, als zuletzt auf Level 4. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Dann haben wir alles besser im Blick. Da schmeißen wir den Ball hin. Acht Punkte. Ups. Komm, da noch schnell rein, bevor sich das wieder schließt. Die Fans, die sind zufrieden. Die jubeln hier ordentlich. Und gelber Ring getroffen. Wir sind gut in der Zeit. Das kann man sagen. Und wieder hoch zu blau. Die Hälfte ist abgelaufen. Ich glaube, wir haben immer 120 Sekunden Zeit oder so. Ich habe gar nicht so darauf geachtet. Auf jeden Fall. Jetzt noch gute 50 zur Verfügung. 25, das ist wieder unser Ziel. Und das sollten wir diesmal auf jeden Fall schaffen. Wir sind schon bei 20. Komm rein. 21. Und 22. Ja. Das kriegen wir hin. Wupp, wupp. Naja gut. Ein kleiner Fehler. Der darf ruhig mal passieren. Kein Problem. 25 haben wir geschafft. Die letzten Sekunden tickern runter. Wir punkten weiter. Damit wir die nächste, das nächste Schließfach dann öffnen können und eine Belohnung erhalten. Jetzt, ich glaube, in der heutigen Aufnahme sind wir hier nur am Spielen. Also, zu was anderem werden wir wohl nicht kaum Game Over. Aber ist natürlich schön. Zuletzt immer so erschrocken. Heute wieder ganz gemütlich. Level 6. Wir sind dabei. Holen wir den Ball. Wo ist er? Da ist er. Komm. Doch nicht das Monster hier. Hallo. Oh. Schlechter Start. Rein da. So. Nächster Punkt. Komm. Wir wollen wieder die 25er Marke erreichen. Das ist wichtig. Und schwuppdiwupp haben wir vier Punkte zusammen. Das reicht natürlich noch lange nicht. Fünf. Neunzig Sekunden. Noch Zeit. Sechs. Highscore bei 41. Den werden wir auf jeden Fall nicht mehr knacken können. Aber ich glaube, eine 41, die kann sich auch sehen lassen. Das ist nicht so schlecht. Wird da gerade geboot oder feifen die jetzt? Oder jubeln die? Klang gerade so, als wenn irgendwelche Zuschauer hier unzufrieden sind. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, warum. Wir machen das doch eigentlich richtig gut. Sechzig Sekunden. Und 15 Punkte. Das heißt, wir sind nach dem missglückten Start wieder gut dabei. Na toll. Jetzt nicht mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Sechzehn. Oh, jetzt müssen wir uns doch nochmal zusammenreißen hier. Wo leuchtet es? Blau leuchtet. Siebzehn. Rein damit. Und Ball holen. Gelb. Achtzehn. Neunzehn. Zwei Punkte gibt es. Warum auch immer. Achso, bei Gelb gibt es immer zwei Punkte. Was ist das denn? Und bei Blau? Bei Blau nicht. Ne, jetzt gibt es bei Gelb auch noch einen Punkt. Hä? Also, die Punktezählung verstehe ich nicht so ganz. Jetzt gibt es wieder zwei Punkte. Naja, wir haben 25 zusammen. Au, au. An die Ecke geknallt. Der Rot. Versenkt. Und acht, sieben. Schaffen wir noch einen Wurf? Doch, einen Wurf kriegen wir noch hin. Und der zählt noch. Bam. Ja, wir starten noch ein Level, würde ich sagen. Ups. Wir spielen uns schon mal so ein bisschen ein. Level sechs. Rot. Und ab nach vorne. Und gelb. Boah. Starke Sachen. Ganz, ganz stark noch gemacht. Und rein da. Level sechs. Waren wir nicht gerade schon Level sechs? Hä? Dann hatten wir doch eben gerade schon. Na egal. Komm. Eine Runde spielen wir hier einfach noch. Und danach gehen wir zum Shop. So, grün. Vielleicht müssen wir auch mehr als 25 haben. Obwohl, hatten wir gerade auch, glaube ich. 25 oder so. Naja. Dann holen wir uns gleich die Belohnung ab. Die Runde. Oh, die Runde ist stark. Die ist wirklich gut. 16 jetzt schon. Aktuell auch keine großen Probleme hier. Gelb. Na, gib jetzt mal nur einen Punkt. Schade. Blau. Und grün. Ja, wir müssen die Bälle eigentlich nur noch zurückschießen. Das ist doch super. 22 die letzten guten 50 Sekunden laufen. 23 haben wir. Und rein. Und hierhin. Ich würde sagen, wir nehmen aber auch den Ball mit. Der fetzt. Der ist nicht schlecht. 28. 29. 30. 31. Jetzt gibt es auch da zwei Punkte. 32. Mann, das hätte ja hier fast sogar noch für einen neuen Highscore gereicht. 34. Nicht schlecht. Und das auf Level 6? Ja. Bam. Game over. 37. Coole Sache. So, den Ball, den behalten wir. Wir starten einfach noch einmal das Spiel, um zu schauen, ob vielleicht Level 7 jetzt. Level 6. Es geht also nicht weiter. Gut, dann spielt mal ruhig alleine. Zu Ende. Game over. Belohnungsschrank freigeschaltet. Ja. Glückwunsch. Nein. Wir wollen den Ball. Verdammt. Scheiß auf die Belohnung. Wir wollen den Ball mitnehmen. Komm, ein Megawurf. Gelb hat in der Regel die meisten Punkte gebracht. So, komm. Schussball. Schussball. Das war ein schönes Spiel. Und jetzt geht der Horror weiter. Leider. Es hilft ja alles nichts. Energieknoten nehmen wir gerne mit. Super. Ja, das können wir auch nicht gebrauchen hier. Geld. Jo. Ab ins Gepäck. Halbleiter Rubin. Ja, passt mal auf. Wir nehmen nochmal das Kleine hier. Genau, dann haben wir das. Dann nehmen wir die Halbleiter mit. So, passt alles. Mhm, 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 mhm. Gut. Ja. Wir wollen auch eine Runde mitspielen, ja? So, also, mein Gott. Ist doch kein Problem hier. Da haben wir keine Angst mehr. Okay, okay, okay. Durch. So. Nö, nö, nö. Hä? Hier lang. Genau. Durch hier. Ich hör doch was, oder? Nee. Dann müssen wir gleich hoch. Nein. Nein. Komm schon, komm schon. Scheiße. Mann, verdammter Mist. Du. Wir haben keine Stasi mehr. Ich glaub es nicht. Wir haben keine Stasi mehr. Nein. Wir haben keine Stasi mehr. Okay. Wir haben keine Stasi mehr. Lass uns durch. Oh, verdammter Mist. Ich glaube, wir sterben gerade. Oh, wir hatten gerade so ein gutes Spiel. Schnell, schnell, schnell. Ich sehe nichts. Aktiviert den Fahrstuhl. Aktiviert den Fahrstuhl. Hoch, hoch. Wir sind... Wir müssen diese kleinen, komischen Wälze da sofort erledigen. Oder rochen. Das ist wichtig. Ansonsten verwandeln die alle. Da. Komm schon. So macht man das. Yeah. Oh, wo geht es denn hier lang? Kennen wir das? Achso, ja, von hier sind wir gekommen. Yeah, das war mal richtig stark. Gut. Schöne Sache. Jetzt gehen wir nochmal shoppen. Also, Schema weg. Und... Und, 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 und. Erst nochmal das hier verkaufen. Verkaufen, genau. Und dann... So. Holen wir uns auf jeden Fall den neuen Anzug. Yeah, los geht's. Bin ich gespannt. Können wir auf jeden Fall endlich noch mehr tragen? Los, Isaac. Zieh den an. Ich bin gespannt. Hopefully sieht er ein bisschen besser aus. Okay. Okay. Na ja. Ja. Ist jetzt modisch, glaube ich, nicht unbedingt so... Groß verändert. Immerhin mehr Platz. Immerhin da ist. Komm, mach zu. Rauchen wir nicht. Wir... Können irgendwo hier vorne noch was mitnehmen. Genau. Und dann fahren wir hoch. Im Inventar hätten wir vielleicht noch das Kleine. Genau. Das würde ich gerne mal reinschmeißen. Dann sind wir wieder richtig frisch. Sche... Oh, nee. Jetzt bin ich auf Q gekommen. Und damit haben wir noch eins aktiviert, ne? Ach, Scheibenkleister. Na ja, wir haben Geld zum Glück. So, bevor wir jetzt... Textlock. Ja, bevor wir jetzt gleich speichern, nochmal schnell lesen. Ja, bevor wir jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, was ist das denn für ein langer Text gewesen? Aber sehr, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Und natürlich geht es der Kirche immer wieder nur um Geld. Also, war ja klar. Ist ja logisch. Wir gehen nochmal schnell zur Werkbank. Was wollten wir denn aufpäppeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte mir doch eigentlich irgendwas überlegt. Habe ich mir das hier irgendwo hingeschrieben? Was war das noch? Was war das noch? Das hier war es. Laserkanone, genau. So sieht es aus. Hopps, Laserkanone. Jetzt mit mehr Schaden. Plasmakater. Oh, das wäre auch gut. Machen wir hier vielleicht nochmal. So, aufgepäppelt. Haben wir alles. Damit beenden wir die Aufnahme auch. Und, ich hoffe, beim nächsten Mal geht es ähnlich ruhig zu, wie hier beim Basketballspiel. Und das ist euch gefallen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.